Ein Wunderschuh! Ja, willkommen zu Folge 38 von Grego. So, achso, Vollgeld. Och Mann, weg da. So, passt. Okay, ihr habt wieder ein bisschen Geld verdient. Gut, wir gucken was wir hier machen können. Wir können zum Beispiel dich aktivieren und dich ein bisschen hochheben. Geht auch schon mal ganz gut. Dann machen wir auch schon mal die beiden Dinger hier. Sollten wir hier was auch schaffen, oder auch nicht. Ich bin wohl ja so... Och, Alter. Ja. Wow. Können wir echt voll viel einsammeln. Mal schauen, dass wir jetzt mal wieder dabei, dass wir die ganze Mischung gut dafür brauchen, um immer wieder neue Söldner zu erschaffen. Das ist traurig. Ach Gott. Aber was soll's. So, das heißt, auf die Söldner können wir uns erstmal nicht verlassen. Die bringen uns erstmal... Ja, nicht allzu viel. Dann wird die Folge auch wieder kürzer als gedacht. Nett. Sehr schön. Das ist traurig. Ja. Ach, ne. Ach, ne. Ja, dann müssen wir möglichst schnell unsere erste Sension machen. Damit wir die beide irgendwie ein bisschen ho... äh, ne. Damit wir die beide irgendwie mal ein bisschen hochleveln können. Und das sieht hier echt eher traurig aus. Das sieht echt eher traurig aus. So, siehst du, wir bringen eigentlich das nächste Level. Das nächste Level bringt 90% plus. Naja, auch nicht allzu viel. Und vor allem brauche ich da vielleicht 6 Heldenseelen. Das ist echt überbeschuldig. Das ist echt überbeschuldig. Das ist deprimiert. Na, es ist echt deprimiert. Ah, eine Camination. Sehr gut. Jetzt haben wir jetzt quasi schon wieder alles gemacht, was wir machen können. Tja, in dem Sinne, Charlotte V. Spaß. Ja, aber ernsthaft, das läuft hier echt nicht so wie gehofft. Haa. Nö, das wird alles nichts. Ach Gott, ey. Fünf Uhr zugekratten, Mann. Das kostet hier alles schon wieder so viel, ey. Ach Gott. Wo war das nur los mit diesem Spiel, ey? Ich bin gerade echt am Überlegen, ob wir aus dem Bild hier doch erstmal wieder ein aktives Bild machen, weil... Mit dem passiven kommen wir überhaupt nicht zurande. Da klappt aus wie gar nichts. Das Problem ist halt, damit wir erstmal Heldendillen bekommen... Das bekommen wir durch ihn nur indirekt. Also um Heldendillen zu bekommen, also um mehr Heldendillen zu bekommen, brauchen wir erstmal ihn. Um ihn aber hochzuleveln... Um ihn aber hochzuleveln, brauchen wir selber ja auch erstmal ein paar Heldenseelen. Das ist echt ein bisschen Bullshit. Und wir müssen also so oder so erstmal warten. Und wir müssen noch ein paar Heldendillen zu bekommen. Ich glaube, das bringt der jetzt derzeit auch einen Witz. Und bringt uns in dem Moment quasi einfach nur noch Nachteile. Ah, das kann man komplett schenken. Da gehen wir lieber auf Idle und bekommen noch ein bisschen Gold dazu. Das ist einfach nicht bescheuert. Das ist einfach nicht so. Das ist einfach nicht so. Das ist einfach nicht so. Ja gut, das heißt also, es werden jetzt erstmal die ganzen nächsten Folgen erstmal ganz ganz kurze Aufnahmen immer werden, wenn wir gerade mal einen Boss erledigen können, das war's dann. Mehr geht nicht. Gut, in dem Sinne, ja, dann haltet ihr doch erstmal Ciao mit V. Bis zur nächsten Folge, wo wir dann wieder gerade mal 5 Level schaffen, yay!